Eigentlich wollte ich euch heute am 6. Februar 2023 das klassische Testvideo zu Hogwarts Legacy für PC, Playstation 5 und die aktuellen Xbox-Konsolen liefern. Doch so leicht ist die Sache nicht, denn heute um 12 Uhr endete zwar das Embargo für Tests, also ab dann können Testartikel und Wertungen rausgehen, nur die Testversion, zumindest die PC-Testversion ist noch gar nicht so weit, dass man sie abschließend testen und bewerten kann, denn es gibt krasse Performance-Probleme. Eigentlich hätte am Wochenende noch ein Patch rauskommen sollen, der, so war zumindest das Versprechen, einige dieser Probleme beheben würde, allerdings kam das Update bislang nicht. Der Patch, der die Raytracing-Performance verbessern soll, die ist nämlich noch schlimmer, der soll allerdings erst zum Launch kommen. Ob damit nun der Launch-Termin am 10. Februar gemeint ist oder der Early-Access-Launch-Termin, man kann ja das Spiel für einen Aufpreis von 10 Euro schon ab dem 7. Februar spielen, nämlich auf den Konsolen ab Mitternacht und am PC ab 19 Uhr beziehungsweise ab 19 Uhr runterladen, das ist auch nicht so ganz klar. Die Idee von Early-Access war eigentlich mal anders, nämlich, dass man das Spiel ein bisschen preiswerter bekommt, in dem Bewusstsein, dass es noch nicht fertig ist. Warner Bros. hat das Ganze jetzt umgedreht, man kann extra zahlen für ein extra kaputtes Spiel, eventuell zumindest, falls nicht doch noch in den nächsten Stunden ein wichtiges Update kommt, auf das ich natürlich hoffe, denn eigentlich ist Hogwarts Legacy ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich muss gestehen, ich bin sogar ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut ist, aber es gehört auf jeden Fall in die Königsklasse der Lizenzumsetzung. Es ist das beste Harry-Potter-Spiel, das wir je hatten. Gut, das ist nicht so wahnsinnig schwer. Es gab nicht allzu viele wirklich gute Harry-Potter-Spiele, aber das hier ist wirklich richtig, richtig gut. Es ist riesig, es ist vollgestopft mit liebevollen Details. Die Spielmechaniken funktionieren sehr gut, es sieht toll aus und es läuft meist auch richtig flüssig. Allerdings nicht immer und zwar so oft nicht, dass das Spiel, wenn es tatsächlich morgen so auf Steam rauskommt, richtig Probleme bekommen wird. Denn obwohl ich mit meinem Test-PC hier, mit einem Ryzen 9 12-Kern-Prozessor, 32 GB RAM und einer NVIDIA RTX 3080, die Systemvoraussetzung für 60 FPS bei WQHD mit vollen, also mit Ultra-Details erfülle, sogar über erfülle, empfohlen wird da eine 2080, habe ich regelmäßig mit extremen Bildrateneinbrüchen zu kämpfen und das, obwohl das Spiel am Anfang zum Spielstart auch immer wieder die Shader kompiliert. Nichtsdestotrotz, gerade wenn ich mich durch Hogwarts, und das ist nun mal das Highlight des Spiels, dazu gleich noch ein bisschen mehr, durch Hogwarts bewege, bricht die Framerate so krass ein, dass es einfach doch den Spielspaß deutlich mindert. Zumal diese Framerateneinbrüche auch gerade in Zwischensequenzen vorkommen, was natürlich doppelt ärgerlich ist, denn die kann man ja nicht einfach wiederholen. Du gehörst nach Slytherin! Die Zwischensequenz gerade war mit aktiviertem Raytracing. Der Lauf durch den Hogwarts-Hof und durch die Räume davor war ohne Raytracing. Und auch diese Kampfszene hier ist ohne Raytracing und trotzdem gibt es diese FPS-Einbrüche. Und mit aktiviertem Raytracing wiederum war unsere Testversion stillmals echt unspielbar. Zumindest immer dann, wenn das Raytracing tatsächlich greift. Denn in der Open World, im Umland von Hogwarts, nutzt das Spiel die Raytracing-Effekte sowieso nicht allzu sehr. Aber in Hogwarts selbst gibt es viele Spiegelungen, die auch sehr schön aussehen, teilweise aber auch noch kaputt sind. Also da bliedet Licht an Stellen durch, wo es gar nicht sollte. Da taucht also Licht auf, wo es gar nicht hingehört. Jetzt kann man natürlich sagen, who cares, spiele ich das Ding halt auf, zum Beispiel in der Playstation 5. Denn da gibt es diese krassen FPS-Einbrüche aktuell in unseren Testversionen nicht. Allerdings müsst ihr euch da entscheiden zwischen Grafikdetails und Performance. Es gibt einen Performance-Modus. Da läuft das Spiel tatsächlich auch in 60 FPS und fühlt sich dementsprechend auch angenehm flüssig an. Allerdings werden viele Landschaftsdetails in diesem Modus sehr spät dargestellt. Also gerade wenn man mit dem Besen über die Landschaft fliegt, sieht man ständiges Objekt-Pop-In. Auch zum Beispiel Gras wird erst ganz, ganz spät angezeigt, während Grasbüschel tatsächlich relativ weit gezeigt werden. Im Fidelity-Modus hingegen, wo die Grafikqualität auf dem Level der Ultra-Einstellungen vom PC sind, da gibt es maximal 30 FPS. Und naja, 2023 mit 30 FPS-Spielen, da kann ich mir die Bilder auch einzeln ein paar Eulenpost schicken lassen. Dass diese extremen Framerateneinbrüche auf dem PC tatsächlich ein Optimierungsproblem sein müssen, kann man übrigens ganz gut daran erkennen, dass man die identischen Szenen, wenn man ein bisschen abwartet und einfach mal Glück hat, auch ganz normal mit 60 FPS spielen kann. Also es ist möglich, dass die identische Szene mit flüssigen 60 FPS bei WQHD mit meinem System läuft. Die Hardware ist hier also nicht übers Limit hinaus strapaziert. Und deshalb habe ich auch Hoffnung, dass diese Fehler behoben werden können. Ob sie tatsächlich bis zum Release, also entweder morgen oder halt am Freitag behoben werden, das ist nochmal eine andere Frage. Denn wir haben ja durchaus in der Vergangenheit gesehen, in welchem Zustand Warner Bros. Spiele veröffentlicht. Ich sage nur, die PC-Version von Batman Arkham Knight. Aber auf lange Sicht wird halt die PC-Fassung von Hogwarts Legacy sehr wahrscheinlich die beste sein. Denn hier kann man maximale Details einstellen. Und wenn es denn mal in 60 FPS oder mehr läuft, sieht es richtig toll aus. Zumal wenn der Raytracing-Modus dann auch irgendwann mal funktioniert, es gerade in Hogwarts halt, wie schon gesagt, ganz viele sehr schöne Reflexionen gibt. Es gibt da auch so mit Screenspace Reflections schon schöne Effekte. Aber wenn man die Raytracing-Optionen dazu schaltet, merkt man schon, dass da noch ein ganzes Level mehr geht. Gerade auch bei sowas wie Spiegeln. Und Hogwarts selbst ist nun mal einfach ein ganz wichtiger Bestandteil des Spiels, weil es so groß ist, weil es so viele Geheimnisse gibt, weil man so viel Zeit im Schloss verbringen kann, weil man so viele Sachen beobachten kann und weil das einfach für Potter-Fans ein Traum ist, wie diese Location hier im Spiel umgesetzt ist. Muss man ganz klar mal sagen. Es ist wirklich Wahnsinn. Es hat mich weggehauen. Was ist da alles zu entdecken, zu beobachten, zu erforschen gibt und in welchem Detailgrad. Hogwarts selbst ist also so eine Art Open World, in der Open World. Und naja, dann nervt es natürlich schon, wenn das Ganze so läuft. Abseits von diesen Performance-Problemen hatte ich übrigens ansonsten eigentlich fast gar keine Bugs. Das hier ist schon das Extremste, was mir immer begegnet ist. Also, dass eine Figur hier in der Open World nur so halb dargestellt wurde und im Gespräch dann einfach mal gar nicht zu sehen war. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme gewesen. In der ganzen Spielzeit von über 40 Stunden ist mir das Spiel zweimal abgestürzt, was ich durchaus noch in Ordnung finde. Also, da würde ich jetzt nicht gleich einen Fass aufmachen. Aber brauche ich auch nicht. Das Fass ist ja schon offen. Und ob Warner da einen Deckel draufkriegt, werden wir in den nächsten Stunden oder Tagen sehen. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ich warte jetzt mit dem richtigen Testvideo auf jeden Fall erst mal den Early-Axis-Start, also morgen 19 Uhr auf Steam ab und schaue mir dann noch mal die Performance an. Vielleicht kommt der Patch ja sogar schon vorher und dann wird es auch mit dem Testvideo schneller gehen. Aber rechnet mal eher so am Mittwoch mit dem finalen Testvideo. Also drückt zumindest die Daumen, dass das dann soweit funktioniert. Aber spätestens dann geht es auch einfach raus, weil ab dann kann man das halt auch kaufen und spielen, wenn man es nicht vorbestellt. Von daher ist es ab dann fair game. Abschließend kann ich zu dieser ganzen Sache aktuell eigentlich nur noch sagen, dass ich es nicht mehr verstehe. Also es ist wirklich aktuell so albern, wie viele große Produktionen in einem schlechten technischen Zustand rauskommen. Also besonders auf dem PC. Da werden hunderte Millionen jahrelang in diese Mega-Blockbuster reingestopft und dann auf den letzten fünf Metern versauen sie es. Wie kann das sein? Wie kann man nach jahrelanger Arbeit dieses Risiko eingehen? Zumal wir ja oft genug gesehen haben, was ein schlechter Start für Folgen haben kann. Also wie sehr darunter die Meinung und die Wahrnehmung des Spiels leiden kann. Und das ist in diesem Fall hier besonders schade, weil das wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel ist. Aber warum kann es nicht einfach zum Beispiel zwei Wochen vor dem Release nach jahrelanger Entwicklungsarbeit fertig sein, damit man saubere Testversionen rausschicken kann, damit man nochmal gucken kann, ob es vielleicht doch irgendwo Probleme gibt. Denn das, was hier gerade passiert, das sind so gravierende Probleme, die muss man gesehen haben. Das ist jetzt nichts, was total überraschend kommen kann. Zumal Hogwarts Legacy ja ein reines Singleplayer-Spiel ist. Bei einem Multiplayer-Titel würde ich es nochmal ein bisschen anders sehen. Da kann tatsächlich durch Live-Bedingungen auch immer sehr viel schief gehen. Aber das hier passiert gerade absolut ohne Not. Und ja, es macht mich als Kunden fuchsteufelswild und das enttäuscht mich. Aber es tut mir andererseits auch für den absoluten Großteil der Entwickler total leid, die da wirklich wahnsinnig viel Liebe reingesteckt haben. Das sieht man dem Spiel an allen Ecken an und dann vielleicht durch ein schlechtes Projektmanagement auf den letzten Metern halt einfach mal gegen die Wand fahren. Das kann doch jetzt nicht der neue AAA-Standard sein. Naja, aber bevor ich jetzt zu emotional werde, machen wir jetzt hier erstmal Schluss an der Stelle. Ich warte ab, was da eventuell in Sachen Patch noch kommt. Schau mir ansonsten die Early Access Release Version morgen Abend dann wie gesagt an. Und dann gibt es in Kürze auch das richtige Testvideo mit mehr Details zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fritz. Hm, seltsam. Hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.